Abdelkrim Zeruala Ja, hallo, mein Name ist Abdelkrim Zeruala. Ich bin Abteilungsleiter in CT Mark Lübeck und Weinfachberater. Unser Weinsortiment umfasst ca. 2000 Weine, unter anderem meine Lieblingsweine. Und das wäre jetzt der Wein, den ich Ihnen gerne mal heute vorstellen möchte. Das ist einmal Lafarge, vom Weingut Lafarge aus Longuedoc. Das Besondere, was den Wein ausmacht, er wird ganz extrem lang am Rebstock hängen. Also er wird ganz spät gelesen, ca. Ende September, Anfang Oktober, sodass die Trauben ganz stark konzentriert sind. Das Schöne daran, wir haben auch wunderschöne Gläser, passende Gläser dazu, in unserem Food-Bereich vom Hause Riedl. Ja, der Wein besteht durch schöne, kräftige Aromen aus schwarzen Beeren, Flaumen, ein bisschen leichte Vanillenoten. Ja, der hat extrem fruchtige Noten und mit einem Wölzer im Hintergrund, etwas Pfeffer finde ich mal, ein bisschen mal Kakao und so weiter. Und wie gesagt, den kann man gut bei der Temperatur von ca. Lecker. Ich persönlich finde es im Sommer etwas kühler, so bei 15 Grad finde ich eher spannender als mal 17, 18, weil es mal durch diesen hohen Alkoholanteil drin, dann finde ich mal, der Alkohol kommt ein bisschen zu extrem vordergründig. Ja, der Wein ist hervorragend, passend zu Rindfleisch vom Grill. Käse, Blauschimmelkäse, einmal Wildfleisch oder sogar mal einfach mal Schokoladenkuchen, der extrem mal ein bisschen sehr schokoladig ist. Prost!